Die Bertelsmann Stiftung steht für mich für Freiraum. Raum nachzudenken über die wichtigsten Fragen unserer Demokratie, im Kern wie es gelingt, wieder Menschen aus allen Bevölkerungsschichten zu einer Teilhabe zu motivieren, sei es über Wahlen oder über Dialogformate mit der Politik. Damit wollen wir einen Beitrag leisten zur Zukunftsfähigkeit unserer Demokratie.